Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tango Tutorial. Wir sind Ricardo und Raquel und heute zeigen wir euch eine Tango Figur, die heißt das Sandwich. Wer das letzte Video verpasst hat, kann es gerne hier oben in der Ecke anklicken. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir zeigen euch das Sandwich erstmal in der offenen Umarmung. Wir machen das Sandwich aus dem Rückwärts-Ochos. Ihr könnt gerne mehrere Ochos machen, also ihr könnt es ein paar Mal machen. Ich beginne den Sandwich, wenn ich sie jetzt nach rechts drehe. Also mein Gewicht geht auf links, ich drehe sie nach rechts. Mein rechtes Bein kommt an ihrem Fuß außen vorbei und ich begleite sie nicht. Dadurch versteht sie jetzt, dass sie das Bein nicht wegnehmen soll. Dann bleibt sie stehen in der Mitte und jetzt verlagere ich mein Gewicht auf rechts, komme zusammen und Sandwich, weil ihr Fuß jetzt zwischen meinen beiden Füßen steht. Ja, ist das Sandwich. Dann mit rechts nach hinten gehen. Guckt, dass ihr nicht auf dieselbe Linie geht, wo sie nachher nach vorne kommt. Ihr müsst euren rechtes Bein verstecken, also nach hinten bringen, in so einer Art L-Form. Und beim Gewicht verlagern auf rechts nehme ich die Frau mit nach vorne. Genau. Jetzt öffne ich meinen Oberkörper. Im Moment blockiere ich ihren Weg. Mein Oberkörper steht hier im Weg. Ich öffne meinen Oberkörper, mache unteren Fußwechsel und gehe mit Rückseite wieder raus. Nochmal, also die Orchers, könnt ihr ein paar machen. Dann Sandwich. Einfach mit rechts nach vorne. Keine, sucht nicht, wo ihr Fuß ist. Geht einfach geradeaus nach vorne und es wird da sein. Nach vorne, Sandwich. Nach hinten gehen. Dann Gewicht verlagern, die Frau mit nach vorne mitnehmen. Öffnen, Fußwechsel, Rückseite. Für die Frau gibt es so ein paar Knackpunkte. Der erste ist hier. Wenn ich nach hinten gehe, guckt, dass sie wieder mit dem Oberkörper so gut es geht beim Mann bleibt. Dass ihr also die Vorstellung habt, hier hinten ein Kreuz, wenn ihr absetzt, zieht euch jemand nach hinten und der Oberkörper, der bleibt so gut es geht vorne. Je in engerer Umarmung ihr das tanzt, desto wichtiger ist das. Das wird sich von hier nach hinten. Und jetzt, wenn euch der Mann ranholt, dann geht mit dem Rist einmal an den Rist des Mannes. Dass ihr merkt, ihr seid angekommen. Hier ist eure Nullposition. Hier steht ihr in die Achse. Und von hier, wenn er öffnet, wirklich in einem großen Vorwärtsschritt. Genau, so sieht man das nochmal besser, wenn ich von hier gehe. Von hier mache ich mir Platz, wenn wir jetzt auch eng getanzt hätten. Können wir das vielleicht nochmal eng zeigen? Ich bleibe vorne so gut es geht und mache von hier Platz. Sonst reiße ich ihn in den Abgrund. Sonst reiße ich ihn in den Abgrund. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Wenn ihr immer auf dem aktuellsten Stand sein wollt, könnt ihr uns hier abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.